Stichwort Viertagewoche. Natürlich wäre das schön, wenn wir alle nur vier statt fünf Tage arbeiten müssten zukünftig und trotzdem am Monatsende das Gleichaufskonto überwiesen bekämen. Das genau fordern viele Linke, auch die Linkspartei selber. Ich habe zuletzt widersprochen und gesagt, nein, Viertagewoche, das ist aus ökonomischen und strategischen Gründen gerade keine gute Forderung. Bei Wohlstand für alle haben Ole Nyman und Wolfgang M. Schmid mir wiederum widersprochen und das schauen wir uns mal an. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video kümmern wir uns nochmal um die Viertagewoche. Das ist eine unter Linken sehr beliebte Forderung. Die Linkspartei hat sich zuletzt für die gesamte Wirtschaft gefordert. Hintergrund ist, um vielleicht mal so reinzustarten, dass hier abgefeiert wurde, ich auch das abgefeiert habe, dass Klaus Weselsky für die GDL die 35-Stunden-Woche erstritten hat. Das ist sehr sinnvoll. Der Lokführerberuf und der Zugbegleiterberuf, die werden damit aufgewertet beispielsweise. Das sind Engpassberufe, da fehlt es an Personal. Wenn man die Arbeitsbedingungen verbessert, indem man beispielsweise die Stundenlöhne so erhöht oder die Arbeit einfach erträglicher macht, das Wochenende die freie Zeit verlängert, dann sind das in einer Marktwirtschaft die perfekten Maßnahmen, um den Job attraktiver zu machen und dadurch wieder mehr Personal zu finden. Gut, sehr, sehr gut. Allerdings kann man daraus nicht Schlussfolgern, dass das für die gesamte Wirtschaft gut ist. Und dafür habe ich vier Gründe. Über diese vier Gründe habe ich zuletzt in meinem Newsletter Geld für die Welt geschrieben. Hier seht ihr das. Viertagewoche für alle. Diese vier Gründe sprechen dagegen. Gehen wir sie mal durch, denn darauf beziehen sich auch Ole in Wolfgang bei ihrer Kritik in Wohlstand für alle. Mein erster Grund ist die Babyboomer. Bis 2036 gehen 18 Millionen Boomer in Rente. Nur 11 Millionen Junge kommen nach. Bedeutet, auf dem Arbeitsmarkt werden dann 7 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Das ist eine Lücke. Wenn man dann auch noch für die dann restlichen rund 40 Millionen Erwerbstätigen die Arbeitszeit um 20 Prozent reduziert, von fünf auf vier Tage, dann wird die Lücke natürlich noch größer. Zweifelsohne kann man diese Lücke mit Produktivitätszuwachs schließen. Man kann sie auch mit Zuwanderung schließen. Man kann sie auch mit Vollbeschäftigung schließen. Denn heute haben wir ja noch rund fünf Millionen Menschen, die neue Mehrarbeit suchen, neue Jobs suchen. Nicht alle Vollzeit. Ja, wahrscheinlich nur rund die Hälfte oder drei Millionen und so davon Vollzeit. Der Rest sucht trotzdem Arbeit. Bedeutet, damit könnte man die Lücke natürlich füllen. Schafft man das aber nicht, nämlich diese Lücke zu füllen, dann, naja, einfache makroökonomische Logik, geht das mit Wohlstandsverlust einher für Deutschland als gesamte Volkswirtschaft. Der Kuchen, den wir alle backen, der wird kleiner. Weil, nun ja, der Kuchen ergibt sich aus denjenigen, die arbeiten, multipliziert mit ihrer Produktivität. Wie viel können die also pro Stunde an Output erzeugen? Und dann hat man einen Stapel von Gütern, einen Kuchen, was auch immer. Dann bleiben wir mal in der Kuchenmetapher, weil die unter Ökonomen so verbreitet ist. Wenn man also die Anzahl der Erwerbstätigen reduziert und den Produktivitätszuwachs nicht so hinbekommt, nicht so groß, dass das das ausgleicht, dann wird der Kuchen kleiner. Wenn der Kuchen kleiner wird, ist das jetzt erstmal an sich kein Problem. Nur, die Erfahrung ist, Verteilungsfragen werden in einer schrumpfenden Wirtschaft deutlich härter geführt. Wir haben einfach ganz realistisch betrachtet, also wir sind weit weg von linken Mehrheiten, weit weg von linker Hegemonie und wir erleben gerade, dass in einer schrumpfenden Wirtschaft auf arbeitslosen Asylbewerber eingehauen wird, wie seit der Agenda 2010 nicht mehr. Bedeutet, Verteilungsfragen werden in einer schrumpfenden Wirtschaft schwieriger zugunsten der Arbeitnehmer und der Arbeitslosen und auch der Asylbewerber zu lösen sein. Ja, dann gibt es nämlich Ellbogenmentalität, AfD, Union, FDP, die alle wollen ihre Fründe verteidigen, ja, die Arbeitgeber wollen ihre Fründe verteidigen. So, macht alle Verteilungsprobleme, unter anderem auch die Rentenproblematik, nur schwieriger. Der zweite Grund ist die Produktivität. Die Produktivität ist eigentlich der Schlüssel zu weniger Arbeiten ohne Wohlstand zu verlieren, also ohne den Kuchen kleiner werden zu lassen. Wir sehen hier den Produktivitätsfortschritt von 1991 bis 2022 und man kann uns schwer erkennen, von 1991 bis zur Finanzkrise lief es eigentlich ganz gut, ja, da ging es bergauf. Seitdem, seit der Finanzkrise, also jetzt seit, ja, etwas weniger als zwei Jahrzehnten stagnieren wir quasi, ja, die Produktivität, die Arbeitsproduktivität lag vor der Finanzkrise bei 99,28 und heute bei 101,5. Ja, das ist weit weniger als ein Prozent Produktivitätszuwachs pro Jahr. Die ganzen Versprechen, diese versprochenen, ja, Produktivitätsschübe von Digitalisierung, von künstlicher Intelligenz, von Robotern, ja. Die sind bisher ausgeblieben. Könnte man daran etwas machen? Ja, natürlich, indem man die Wirtschaft brumm lässt, indem man in eine bessere Infrastruktur investiert, mehr in Forschung investiert, Startups fördert und, und, und. Könnte man alles, dann wäre der Produktivitätszuwachs größer und dann wäre es auch leichter, die Lücke der Babyboomer zu kompensieren. Kleine Randnotiz, nur weil ich sage, dass dann Arbeitskräfte fehlen, heißt es nicht, dass heute schon Arbeitskräfte fehlen. Denn Arbeitskräftemangel, dieses Narrativ, was es heute schon in Talkshows weit verbreitet gibt, ist falsch, haben wir noch nicht. Im Moment gibt es mehr Arbeitssuchende als offene Stellen. Wenn allerdings 2036 sieben Millionen fehlen, ist das dann eine andere Nummer, ja. Ja, also Produktivitätszuwachs schwierig, ja. Außerdem muss man dazu noch betrachten, dass ja die Alterung der Gesellschaft selber den Produktivitätszuwachs lahmen wird. Ja, denn wir werden ja, dadurch, dass die Babyboomen Rente gehen, die müssen ja dann gepflegt werden, die müssen in Krankenhäusern versorgt werden, werden wir mehr solcher Dienstleistungsberufe, ja, wie Pflegeberufe brauchen. Warum? Pflegeberufe sind aber unproduktiv, die sind wichtig, ja, die sind absolute Helden unserer Gesellschaft, aber sie sind unproduktiv und sie lassen sich mit einer Viertagewoche nicht produktiver gestalten, wie übrigens viele andere Dienstleistungsberufe auch. Ja, ein Pfleger kann in vier Tagen nicht machen, was er vorher in fünf macht. Das Gegenteil ist richtig, die bräuchten eigentlich mehr Zeit, weil heute schon zu wenig Zeit ist und diese Verdichtung zu mangelnder Qualität führt und teilweise unmenschliche Ergebnisse hervorbringt, ja. Bedeutet, die Produktivität, auf die können wir jetzt in Zukunft mit einer alternden Gesellschaft noch weniger hoffen, ja. Man kann eine Maschine einfach länger laufen lassen, das ist kein Thema. Deutschland wird aber immer mehr zur Dienstleistungsgesellschaft, das sollten wir berücksichtigen. Hinzu kommt, das ist eigentlich ein eigenes Argument, aber wir lassen es mal unter Produktivität, dass natürlich gewerkschaftliche Fortschritte, wie jetzt Klaus Wieselzi bei der GDL hat, für Engpassberuf, Lokführer oder wenn jetzt man das bei Pflegern beispielsweise hätte, dass man dort die Arbeitsbedingungen verbessert, indem man die Arbeitszeit reduziert, ja. Dass die Vorteile und die Attraktivität dieser Engpassberufe natürlich verliert, wenn man sagt, jetzt haben alle eine Viertagewoche. Denn dann ist der Erfolg von Klaus Wieselski und anderen Gewerkschaften ja zunichte gemacht. Wenn man allerdings gewisse wichtige Berufe attraktiver machen will, dann geht es darum, wie die relativ zu anderen Berufen bezahlt werden, wie da die Arbeitsbedingungen sind. Und bedeutet, es kommt darauf an, dass Lokführer, dass Pfleger bessere Arbeitsbedingungen haben und vielleicht auch eine kürzere Vollzeit, ja, gerne, gehört dazu, um attraktiver zu sein als andere Branchen. Das ist betriebswirtschaftlich so. Wir müssen allerdings volkswirtschaftlich argumentieren. Dritter Grund, der Geldbeutel ist schnell gemacht. Die Reallöhne sind heute im Schnitt 6% unter 2019. Die Hälfte der Deutschen hat kaum Ersparnisse. Die Armut hat zugenommen, logischerweise in den letzten Jahren, bedeutet, für viele Menschen kommt es auf den Monatslohn und nicht auf den Stundenlohn an. Wenn ich allerdings eine 4-Tage-Woche einführe und sage Volllohnausgleich, ja, dann steigen zwar die Stundenlöhne, ja, man muss weniger dafür arbeiten, um am Monatsende dasselbe aufs Konto überwiesen zu bekommen. Aber man bekommt eben auch nur dasselbe aufs Konto überwiesen. Der Monatslohn bleibt gleich, nur der Stundenlohn steigt. Der Monatslohn ist für all diejenigen, die aber zu wenig haben, die verzichten müssen im Alltag, die es schwer haben, das Entscheidende und nicht oder weniger der Stundenlohn. Bedeutet, für viele Menschen, gerade Zielgruppe der Linken, ist die Arbeitszeitverkürzung und die Stundenlohnerhöhung, würde ich behaupten, nicht so relevant wie ein höherer Lohn per se. Okay, dazu kommt, dass das Versprechen, wir machen das jetzt mit vollem Lohnausgleich, ja, erstmal ein hohes Versprechen ist, ja, denn ob das überhaupt durchgesetzt wird, ist ja fraglich. Wenn das nicht durchgesetzt wird, bedeutet das sogar der Monatslohn, ja, der sinkt vielleicht. Wollen das dann auch noch so viele? Und selbst wenn man das durchgesetzt bekommt, was ich für wirklich unrealistisch halte, wenn man sich mal anguckt, also, die Gewerkschaften haben in den letzten zwei Jahrzehnten nicht mal geschafft, den Produktivitätszuwachs plus Inflationsausgleich für sich raus zu verhandeln. Wie soll dann also jetzt per Federstrich per Gesetz plötzlich eine 25% Lohnerhöhung, Stundenlohnerhöhung, das bedeutet das nämlich, wenn man von 5 auf 4 Tage Woche geht, wieso soll das plötzlich realistisch sein? Ich meine, ich würde es mir wünschen, nochmal, aber ist das realistisch? Ich glaube nicht. Und wenn die kommt, bedeutet das auch, die Lohnstückkosten steigen um 25%. Lohnstückkosten sind sehr eng mit Inflation korreliert. 25% höhere Lohnstückkosten werden zu Preissteigerungen führen. Vielleicht nicht 1 zu 1, ja, weil die Lohnkosten nicht alles sind, aber doch zu einem beträchtlichen Teil, weil Löhne auf jeder Ebene der Wertschöpfungskette anfallen. Wenn die Monatslöhne gleich bleiben, aber die Preise steigen, ja, was passiert dann? Kann man sich einfach ausrechnen. Der Monatslohn wird real entwertet. Bedeutet, wenn man diese 4 Tage Woche mit vollem Lohnausgleich umsetzt, kann das dazu führen, dass die Firmen ihre Preise erhöhen. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Ökonomische Theorie, ja, Lohnstückkosten mit Preisen korreliert, ja, wenn die Unternehmen nicht ihre Profite aufgeben wollen, was wir nicht annehmen können, dass sie das wollen, dann, ja, wird das dazu führen, dass diejenigen, die heute schon zu wenig haben, dann noch weniger haben. Dass also die Monatslöhne entwertet werden. Darüber sprechen Linke nicht, ja, das ist natürlich eine tolle Forderung. 4 Tage Woche voller Lohnausgleich, das klingt dann auch kämpferisch. Nur, ich meine, dass man damit natürlich ökonomisch rechnen muss und darauf Antworten haben muss, naja, ist unbequem, sollte aber dazugehören. Und dann kommen wir noch zum letzten Punkt. Das ist viertens die Glaubwürdigkeit. Linke Politik hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Die Leute kaufen Linken nicht ab, dass sie in der Lage wären, den deutschen Tanker, die große deutsche Volkswirtschaft vernünftig zu steuern und für eine brummende Wirtschaft zu sorgen. Wenn man also gerade jetzt, wo Buber vor der Rente stehen und die Produktivität lahmt und man in Talkshows nicht mal also Bürgergeldempfänger und Asylbewerber vernünftig verteidigt bekommt gegen diese Angriffe von rechts, wenn man in so einem Moment mit der 4-Tage-Woche kommt, ja, dann würde ich sagen, ist das eher schlechtes Timing. Es verschärft das Glaubwürdigkeitsproblem, weil man natürlich ganz einfach, wenn man damit in Talkshows geht, von rechts entzaubert werden kann, ja. Linke schaffen es in Talkshows ja nicht mal einfache Punkte nach Hause zu fahren. Warum also gleich das, wo es so viele Angriffspunkte gibt? Ich würde sagen, andere linke Forderungen würden besser zu der Debattenlage passen und nur weil ich sage, wir machen nicht für Tage, wo heißt das natürlich nicht, dass ich sage Verzicht. Denn statt weniger Arbeitszeit zu fordern, wäre die bessere Forderung, die Löhne anzuheben. Erstens, weil man die Inflation aufholen muss, zweitens, weil man gewisse Berufe aufwerten muss, drittens, weil wir die Nachfrage ankurbeln müssen, ja, Löhne sind nicht nur Kosten für die Unternehmen, sondern auch Einkommen der Menschen, die damit wieder bei den Unternehmen einkaufen gehen und weil wir damit diese ganzen Probleme der Arbeitszeitreduzierung und dieses Argument, oh, die Babyboomer gehen aber weg, ja, nicht haben, ja, bedeutet, nur weil man gegen die Viertagewoche ist, heißt das nicht, dass man sagt, die Arbeitnehmer müssen zugunsten der Arbeitgeber verzichten, sage ich ja, gar kein Moment. Ja, und wenn wir eine andere Ausgangskonstellation hätten, beispielsweise nicht die Delle in der Demografie, dann wäre das Produktivitätsargument, ja, und das Arbeitskräfteargument ja vom Tisch, ja, dann wäre das easy. Ist es aber nicht. Und, naja, wenn wir andere Kräfteverhältnisse hätten in der Politik, wenn man höhere, äh, die Anpassung der Preise der Unternehmen, ja, also irgendwie einschränken könnte, wenn es dafür eine politische Hegemonie gäbe, zu sagen, alles klar, wenn wir jetzt die Stundenlöhne so stark anpassen, dann reagieren die Firmen nicht mit höheren Preisen. Okay, aber gibt's das, ja? Wir werden eine Regierung haben mit CDU und FDP. Das also jetzt zu fordern, ist einfach unrealistisch. So, das ist also die Ausgangslage der Debatte. Jetzt hören wir mal rein, was Ole und Wolfgang dazu in ihrem Podcast Wohlstand für alle, den ich im Übrigen sehr schätze, ja, absolute Empfehlung. Folgt denen allen rein, ähm, das ist ja auch kein Beef oder so, ne, das ist hier eine inhaltliche Auseinandersetzung über ja eine sehr relevante Frage, äh, in größtem Respekt, Anerkennung, Wertschätzung, äh, checkt Wohlstand für alle unbedingt aus. Und mit dem Gesagten hören wir mal rein. Kommen wir nun zu dem von uns ja geschätzten Maurice Höfgen. Im Gegensatz zu Hermann lobt er auch den GDL-Erfolg. Maurice sieht das wie wir. Es ist die Aufgabe der Gewerkschaft, das Beste für ihre Mitglieder zu verhandeln. Jedoch wieder Sprache der Idee der Linken, äh, die nun gefordert hat, naja, generell sollte man jetzt auf eine 32-Stunden-Woche gehen. Diese politische Forderung muss nun in den Mittelpunkt gerückt werden. Und eigentlich liegt das ja nahe, dass man jetzt, äh, sieht, es gibt da einen Erfolg seitens der Gewerkschaft und das müsste doch vielleicht einen gewissen Domino-Effekt haben. Maurice schreibt jedoch in seinem Newsletter Geld für die Welt, den wir auch verlinkt haben, als Reaktion auf den Vorschlag der Linken folgendes. Bis 2036 gehen rund 18 Millionen Boomer in Rente. Aber nur 11 Millionen junge Erwerbstätige kommen neu auf den Arbeitsmarkt. Macht eine Lücke von 7 Millionen. Wenn dann alle anderen rund 40 Millionen Erwerbstätigen in einer 4-Tage-Woche auch noch 20 Prozent weniger arbeiten, wird diese Lücke noch größer. Füllen kann man diese Lücke zwar mit Zuwanderung, Vollbeschäftigung und Produktivitätsfortschritt, schafft man das aber nicht, schrumpft die Wirtschaft. Der Kuchen wird also kleiner, Wohlstand geht verloren. Das stimmt, wenn die Wirtschaft schrumpft, wird der Verteilungskampf härter. Und wir sehen schon während der aktuellen Rezession, wer verzichten soll, nämlich arme Menschen. Bei einem großen Kuchen ist tatsächlich mehr zum Teilen da, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass das auch dann gleichmäßig an alle gesellschaftlichen Gruppen geht. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Das ist auch einfach das Problem immer mit diesem Kuchenbild. Das ist ja nicht so, dass man sagt, ja die ganze Gesellschaft arbeitet, wird alles auf den Haufen geschmissen und je nachdem, wie viel man dann anteilig durch seine Arbeit beigetragen hat, zu diesem Produkt nimmt sich jeder wieder was raus. Ich glaube, das wäre Sozialismus. Genau, das wäre Sozialismus oder zumindest eine Vorstufe davon auf jeden Fall, dass man irgendwie so da versucht, das halbwegs ausgewogen zu halten. Aber was wir hier ja sehen, ist ja einfach so, es wird dann alles auf den Haufen geschmissen und dann geht davon erstmal ein deutlich größerer Teil ans Kapital. Das ist ja schon mal eine Tatsache, ist ja nicht so, dass dann alle gleich viel haben. Und noch dazu geht ja dann ganz viel ans Ausland, was übrigens bemerkenswerterweise ja Maurice auch in anderen Texten richtigerweise angemahnt hat. Also er sagt ja, und das ist ja bei vielen Keynesianern immer so ein ganz wichtiger Punkt, dass man sagt, naja, Deutschland hat diese krassen Exportüberschüsse. Das heißt, Deutschland als gesamte Volkswirtschaft produziert deutlich mehr, was exportiert wird, als man dafür importiert. Heißt, man arbeitet gewissermaßen fürs Ausland. Nur sieht das natürlich nicht so aus, dass man das einfach ins Ausland verschenkt, sondern es wird extrem viel produziert, was ins Ausland geschickt wird. Und die Gewinne daraus behalten die reichsten Deutschen. Das heißt also, dieser Kuchen, der in Deutschland produziert wird, ist gar nicht nur für die deutschen Erwerbsbürger da. Und noch dazu ist es ja ungleich verteilt, weshalb man auch nicht einfach davon sagen kann, dass das per se ein Problem ist, wenn der Kuchen nicht weiter wächst. Denn man könnte ja trotzdem sagen, selbst wenn er nicht weiter wächst, könnte man ja durch Umverteilung dem entgegenwirken. Also solange Einkommen höher als Kapitalerträge besteuert, hunderte Milliarden steuerfrei vererbt und in Deutschland erwirtschaftete Profite ins Ausland verschoben werden, dann kann es zwar sein, dass der Kuchen wächst und dass es trotzdem Arm- und Normalverdienern nicht besser geht. Und umgekehrt kann man auch sagen, der Kuchen könnte nicht wachsen und es könnte diesen Leuten besser gehen durch mehr Arbeitskampf, dadurch, dass die Arbeiter mehr für sich beanspruchen. Die Reallohnverluste jetzt gerade sind jedenfalls dramatisch und zugleich gibt es immer mehr Kapitalakkumulation bei den wenigen. Ja, also alles richtig, was Ole sagt, ich würde nur hinzufügen und ich würde, also erstmal würde ich natürlich mitgehen, Ja klar, wäre Umverteilung eine Lösung, um bei stagnierendem Kuchen oder auch bei schrumpfendem Kuchen größere Stücke abzuschneiden für den Bevölkerungsteil, der halt weniger hat. Für die Beschäftigten beispielsweise. Nur ist das leider realistisch ja gerade nicht umsetzbar. Und die Forderung der Viertagewoche kann ja nicht, das stört mich so ein bisschen an der gesamten Debatte, an 27 Prämissen liegen. Also das habe ich in der ganzen Debatte in Kritik von Linkskarten immer wieder gehört, ja, stimmt, dann würde die Wirtschaft schrumpfen, aber sie muss ja nicht. Man kann ja irgendwie die Unternehmen die Gewinne abnehmen, man kann ja den Vermögenden Geld abnehmen, man kann ja das machen, man kann ja das machen, man kann ja jenes machen. Ja klar, kann man alles machen. Ich bin sogar dafür, es ist gar nicht mein Punkt. Nur ist das realistisch, dass das dann passiert? Ist das realistisch? Und da würde ich sagen, nein. Und nochmal, Glaubwürdigkeitsproblem, wenn Linke jetzt für eine schrumpfende Wirtschaft sorgen sollen, ja, dann wird das Glauben oder Maßnahmen vorschlagen, wo sie dann vorgeworfen bekommen, dann wird es aber eine schrumpfende Wirtschaft geben. Dann sorgt das für Angst, dann sorgt das für Existenzängste. Wachstum ist übrigens in der Bevölkerung, würde ich sagen, positiv konnotiert, im Gegenzug als Krisen- oder Schrumpfung, weil dass diejenigen, die weniger haben in Krisenzeiten oder wenn die Wirtschaft geschrumpft ist, sozialen Aufstieg ermöglicht bekommen haben oder erfahren haben, gibt es ja nicht. Im Gegenteil, wenn Krise ist, dann verzichten in der Regel, wir haben es jetzt gerade wieder gesehen, diejenigen, die auf ihre Löhne angewiesen sind, die ihre Arbeitskraft verkaufen oder diejenigen, die sogar arbeitslos sind, ja, am allermeisten, das sind diejenigen, bei denen das am härtesten einschlägt. Noch eher werden Profite von Unternehmen gerettet mit fetten Hilfen vom Staat, als dass, weiß nicht, das Bürgergeld sofort inflationsfest gemacht wurde, ja. 22, Inflation 10 Prozent gestiegen, Bürgergeld 3 Euro 0,7 Prozent. Das ist ja die Realität. Und deswegen würde ich sagen, sollte man das nicht zur Prämisse machen für eine Vier-Tage-Woche. Maurice gibt außerdem zu bedenken, dass die Arbeitsproduktivität in den vergangenen zwei Jahrzehnten kaum gestiegen ist. Und Maurice ist ja jetzt nicht ein Keynesianer, der einfach nur schaut, was hat Keynes geschrieben und jetzt muss es Wirklichkeit sein, sondern wir alle kennen ja diesen Text von Keynes. An die Enkel, die dann nur noch ganz wenig arbeiten müssen, weil diese unglaubliche Produktivitätssteigerung stattgefunden haben wird. Ja, Keynes hat uns die 15-Stunden-Woche prophezeit. Hat nicht ganz geklappt. Und da verweist Maurice natürlich zu Recht darauf, der Zuwachs an Produktivität pro Jahr liegt bei unter einem Prozent durchschnittlich. Und während der Finanzkrise oder Corona sank die Produktivität dann sogar um zwei bis vier Prozent. Auch das sind ja Tatsachen, die man nicht leugnen kann. Jedoch mögen sich da erstmal viele wundern, wenn man das so hört. Wenn man bedenkt, welche ungeheure technische bzw. digitale Revolution wir erlebt haben und gerade noch erleben, dann ist es doch erstaunlich, dass der Einfluss auf die Produktivität des Landes gar nicht so hoch zu sein scheint. Oder ohne diese Revolution sähe es vielleicht noch viel schlechter aus. Im Übrigen gilt das nicht nur für Deutschland, auch in den USA kann man Ähnliches feststellen, was die Produktivität anbelangt. Da ist es ein bisschen besser, aber auch nicht nennenswert. Generell kann man also schon mal nicht diese Geschichte erzählen, wonach die Digitalisierung und Automatisierung bald die Arbeiter überflüssig machen wird. Das stimmt. Richard David Precht liegt also falsch, können wir schon mal konstatieren. Ich würde sagen, wir könnten deutlich höhere Produktivitätszuwächse haben, als wir im Moment haben. Mit Investitionen in Infrastruktur, in viel mehr Grundlagenforschung wäre das beispielsweise möglich. Arbeit war in Deutschland auch lange zu billig, also auch Lohnsteigerungen könnten die Produktivität anschieben. Denn wenn Arbeitskraft teurer wird, dann lohnt sich eben die Maschinenanschaffung mehr. Das schon. Und der Grund, warum wir es auch in anderen Ländern sehen, ist der Neoliberalismus, der Arbeit billig macht und den Staat und damit dann die Infrastruktur und Grundlagenforschung und so weiter beschneidet. Damit eine Produktivitätsbremse ist. Neoliberale Politik ist eine Produktivitätsbremse. Soll es man vielleicht auch mal in der Debatte häufiger erwähnen. Alles, was wir aber im Moment zu einem großen Produktivitätsversprechen haben, kommt beispielsweise nicht mehr an Produktivitätszuwächse in der Vergangenheit ran, als, beliebtes Beispiel, das Faxgerät erfunden wurde. Heute lachen wir darüber, da steht noch ein Faxgerät in Büros rum. Aber wenn man überlegt, Faxgerät oder Telegram, wie schnell Informationen innerhalb von Sekunden, Minuten damals versendet werden konnten, die vorher noch über Briefe beispielsweise tagelang unter Umständen je nachdem, wohin der Brief gehen soll, wochenlang unterwegs waren. Einen solchen Zuwachs an Produktivität wird man wohl kaum kopieren können. Das heißt, der langfristige Trend des Produktivitätszuwachses dürfte nicht mehr so steil sein, wie er in der Vergangenheit war. Er könnte aber steiler sein, als das, was ich eben gezeigt habe. In Deutschland gibt es 46 Millionen Erwerbstätige. Davon arbeiten 34,6 Millionen im Dienstleistungssektor, ob in der Pflege, im Restaurant, beim Friseur oder im Bildungsbereich hat. Und wird es voraussichtlich kaum Produktivitätszuwachs durch technischen Fortschritt geben. Haarschneideroboter und Erzieher-KIs sind kaum vorstellbar. Im Dienstleistungsbereich ist es oft kaum möglich, weiter zu skalieren. Die Pflegerstreiks thematisierten ja vor allem den Verteilungsschlüssel. Es ging gar nicht primär um höhere Löhne, sondern darum, in einer Schicht nicht so viele Patienten wie bislang versorgen zu müssen. Und auch ein Kosmetikstudio wird nicht bald Kunden in der Hälfte der Zeit abfertigen können. Hier ist also schon entscheidend, ob es eine 38- oder 32-Stunden-Woche gibt. Und Maurice sieht das auch so. Oder ist es doch etwas komplizierter? Ja, man muss es doch ein bisschen differenzierter betrachten. Also es gibt da so ein britisches Experiment mit diversen Unternehmen. Und da hat man also für eine Zeit lang auf eine Viertagewoche umgestellt. Und die meisten Unternehmen, die dabei mitgemacht haben, es waren noch sehr viele kleine mittelständische Unternehmen dabei, Unternehmen mit 50 Mitarbeitern und so, gar nicht so viel sehr große, haben danach gesagt, wir bleiben dabei. Wir lassen es. Wir führen jetzt nicht wieder die 5-Tage-Woche ein. Denn der Krankenstand ist erheblich zurückgegangen. Die Produktivität ist oft gar nicht gesunken, manchmal sogar gewachsen. Die Mitarbeiter fühlten sich besser, konnten sich mehr identifizieren. Mit dem Unternehmen kündigten seltener. Die Studie ist aber nicht so ganz repräsentativ. Denn beispielsweise sind 18 Prozent der an dem Experiment beteiligten Unternehmen aus dem Bereich Marketing und Werbung. Ja, das ist nicht vielleicht das, was man so als erstes denkt, wenn man über eine Volkswirtschaft nachdenkt. Ja, sehr guter Punkt. Dass man hier durch Arbeitszeit verkürzt und sogar die Produktivität steigern kann, wenn man mal auf ein paar Zoom-Konferenzen oder Kaffeepausen verzichtet, glauben wir gern, wenn aber nur 4,6 Prozent Unternehmen aus dem Bauwesen und zu 6,7 Prozent Industriebetriebe an der Studie beteiligt sind, ist das Ergebnis doch etwas verzerrt und das ist noch höflich formuliert. Ja, sehr guter Punkt. Gut, dass Sie beiden darauf hinweisen. Diese Studie wird so oft als Argument genutzt und mal ganz grundsätzlich. Na klar, ich breche das überhaupt nicht ab, dass beispielsweise die Viertagewoche durch Verdichtung, durch Sachen einfach sein lassen, durch gewisse Sachen zusammenlegen Effizienzen heben kann. Ja, dass vielleicht auch Leute motivierter sind, dass der Krankenstand ein anderer ist, wenn die Menschen vielleicht eine längere Erholungszeit haben, ja und weniger Stress erfahren. Kann ja alles sein. Nur die Frage, die das beantworten muss, ist, kann das sieben Millionen Erwerbstätige ersetzen und 20 Prozent weniger Arbeitszeit für 40 Millionen Erwerbstätige dann noch über sind? Ja, bedeutet eigentlich 15 Millionen Vollzeitequivalente. Kann das das ersetzen? Das wäre nachzuweisen. Mit einer Studie für ein paar Monate bei 50 Unternehmen in Großbritannien kann man das nicht beweisen. Ja, ich würde sagen, dass... Und mit Anekdoten, das höre ich auch ganz oft, ja, mir in der Firma wurde das mal gemacht für zwei Wochen und bla 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 bla. Mit Anekdoten kann man das auch nicht beweisen. Man also sicherlich diese Produktivitätsgewinne da sehen kann. Und wahrscheinlich gibt es auch Bereiche, in denen man mit Arbeitszeitverkürzung tatsächlich die Produktivität beibehalten kann, wo man es sich jetzt noch gar nicht so denkt. Und Unternehmen sind ja sehr komplexe Gebilde. Dafür gibt es auch Unternehmensberater, die... An der Stelle ein zugegebenermaßen klugscheißerischer Hinweis. Wolfgang meint hier wahrscheinlich die Produktion, nicht die Produktivität. Denn die Produktivität, die muss sich ja erhöhen, um bei weniger Arbeitszeit den gleichen Output, die gleiche Produktion zu haben. Darauf käme es ja an. Und plötzlich dann merken, ach so, hier gibt es eine Abteilung, die ist eigentlich nur dazu da, damit die anderen zwei Abteilungen was zu tun haben und so. Also solche Sachen fallen ja schon auf bei Unternehmensberatungen oder so. Deswegen, glaube ich, gibt es immer solche Effekte, wenn man da rangeht. Nur das hat da Grenzen, wo es wirklich darum geht, dass zum Beispiel ein Mensch sich um den anderen Menschen kümmern muss. Und da kann man nicht sagen, naja, das geht jetzt in der Hälfte der Zeit. Also Pflege haben wir schon angesprochen. Ja, sehr wichtiger Punkt. Und in einer alternden Gesellschaft, wie gesagt, werden wir mehr solche Berufe haben müssen, weil wir mehr Leute in Krankenhäusern, Altenheimen und Pflegeheimen versorgen müssen. Hinzu kommt, wir haben heute schon zu wenig Erzieher, zu wenig Lehrer, zu wenig Sozialarbeiter und Sonderpädagogen in Kitas, Schulen und allen anderen vielen sozialen Einrichtungen. Bedeutet, diesen Mangel müssten wir erstmal beheben. Ich glaube, damit wäre, das wäre viel wichtiger, als sowas wie eine Viertagewoche für alle jetzt einzuführen. Damit wäre das Leben für uns alle auch besser und schöner und lebenswerter und gerechter, wenn wir Kitas, Schulen, alle sozialen Einrichtungen, die wir haben, natürlich auch die Pflegeberufe, die Krankenhäuser, mit deutlich mehr Personal ausstatten würden. Und dafür braucht man nun mal Leute. Was ganz interessant war, war ja, dass... Und selbst wenn man in den Berufen dann die Arbeitszeit reduziert, um die Leute zu bekommen, heißt das nicht, dass das gleich ein Modell wäre für die Gesamtwirtschaft. Im Gegenteil, wenn man es für die Gesamtwirtschaft macht, wird es schwerer sogar, dann mit einer 30-Stunden-Woche in der Pflege oder meinetwegen in der Kita dafür zu sorgen, dass dort mehr Personal hinkommt. Und in vielen solchen Berufen wäre beispielsweise mehr Personal und mehr Geld für den Job, den man da macht, schon sehr hilfreich, um den Mangel zu beheben. Kürzlich diese Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute veröffentlicht wurde und generell sieht es recht düster aus, was die deutsche Wirtschaft anbelangt, aber erstaunlich war, dass die Viertagewoche dann auch zum Thema wurde bei der Bundespressekonferenz. Und die Antworten waren interessant. Oliver Holte-Möller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle sagte, die Arbeitszeit ist Ausdruck der Präferenzen der Menschen. Es steht uns nicht an zu beurteilen, ob das die richtige oder die falsche Arbeitszeit ist. Wichtig ist am Ende, was bedeutet das für die Lohnstückkosten und die Produktivitätsentwicklung. Wenn die Einkommensvorstellungen mit den Arbeitszeit- und Einkommensvorstellungen einhergehen, ist das überhaupt kein Problem. Dann kann sich auch die Arbeitgeberseite darauf einstellen. Die Lohnseite und die Produktivitätsseite müssen zusammenpassen. Also übersetzt heißt das, wenn Arbeiter bereit sind, Lohneinbußen hinzunehmen, spricht gar nichts gegen eine Arbeitszeitverkürzung. Das ist ja auf jeden Fall nicht meine Position. Also meine Position ist aus einer Sicht heraus, wie kann linke Politik populär sein und damit real die Bedingungen für die unteren 90 Prozent, die Arbeiter, die Arbeitslosen, die Asylbewerber, auch den Mittelstand besser machen. Ja, das ist aus der Richtung argumentiere ich. Das wird mir häufig abgesprochen, das ein bisschen absurd ist. Man kann ja gegen diese Forderung sein und trotzdem für Arbeitnehmerinteressen. Das ist nicht jetzt von Ole Wolfgang abgesprochen, aber man liest ja auf Twitter da so einiges. Natürlich was völlig anderes als die Forderung der Linken. Die wollen ja eine Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich. Holter Möller sagte außerdem, die aktuellen Streiks haben bei der Gemeinschaftsdiagnose gar keine Berücksichtigung gefunden, da sie von ihrem Umfang überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Erstaunlich, oder? Ja, das sieht man. Die Sorge von Ulrike Herrmann ist da etwas unbegründet anscheinend. Und Stefan Kurz vom Kieler Institut der Weltwirtschaft setzt auf staatliche Anreize, damit die Menschen mehr arbeiten wollen. Finanzminister Lindner sieht das ähnlich und schlägt vor, dass Überstunden steuerfrei sein sollten. Nun, ein super Anreiz wäre es sicherlich, wenn man Überstunden überhaupt mal bezahlen würde. Im Jahr 2023 machten die Arbeitnehmer in Deutschland rund 583 Millionen bezahlte und 702 Millionen unbezahlte Überstunden. Hier haben sich die Unternehmen als Extraprofite eingesteckt, ohne den Arbeitern etwas davon zu geben. Behalten wir das mal im Hinterkopf, wenn wir gleich über die Inflation sprechen. Und das sollten wir auch mal im Hinterkopf bewahren, wenn man einfach sagt, ja wir machen vier Tage Wochen, natürlich gibt es den Lohnausgleich und nein, die Unternehmen werden nicht die Profite erhöhen, sonst könnte man ja einfach Umverteilung machen, dann wäre es schon gut. Wir haben in der Realität einfach ein absolutes Kräfteungleichgewicht zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und das sollten wir erstmal korrigieren. Das korrigiert man aber nicht per Federstrich mit einem Gesetz und einer kämpferischen Forderung. Es ist rein rechnerisch natürlich schon klar, dass wenn Sie einfach nur die Arbeitszeit reduzieren, das auch Wachstum kostet, sagte Timo Wollmershäuser vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung der Universität München. Klingt also, als würde sich hier der Einwand von Maurice bestätigen. Es könnte aber sein, sagte Wollmershäuser auch, dass viele aus der Teilzeit in die Vollzeitarbeit gehen, wenn man die Wochenarbeitszeit senkt. Und jetzt können wir mal darüber nachdenken, wie könnte denn das passieren? Naja, jede zweite Frau arbeitet in Teilzeit. Wenn sie mit einem Mann zusammenlebt, ist das in der Regel so, dass dieser Vollzeit arbeitet, während die Frau unbezahlte Kehrarbeit verrichtet. Würde nun eine 32-Stunden-Woche eingeführt werden, hätten Frauen den Anreiz, vielleicht statt 26 Stunden nun Vollzeit, 32 Stunden zu arbeiten. Denn der Mann hat jetzt sechs Stunden mehr Zeit, die er für Kehrarbeit aufbringen könnte. So würde die gesamtwirtschaftlich geleistete Arbeitszeit gar nicht sinken, sondern sie wäre nur gerechter verteilt. Und auch Alleinerziehung. Da ist natürlich wiederum die Frage, und das krankt wieder an einem ganz anderen Problem, was Linke auch sehr häufig bei der Arbeitszeitverkürzung sich versprechen, dass dadurch mehr Jobs entstehen, dass die Arbeit anders verteilt wird. Nur, man kann nicht beides sagen. Einerseits, mit der Produktivität, die steigt einfach im gleichen Maße, dann braucht es gar nicht mehr Arbeit. Weil, wenn das richtig ist, dann gibt es überhaupt keinen Bedarf. Dann wollen die Unternehmen ja gar nicht, weil es die zusätzliche Nachfrage nicht gibt, dass die Leute aus der Teilzeit in die Vollzeit gehen. Denn, weil der Monatslohn ja für alle gleich bleibt, unter Umständen, wenn die Preise sogar steigen, dadurch die reale Nachfrage sowieso sinkt, die Leute sich weniger leisten können, muss ja auch nicht mehr produziert werden. Armezeitverkürzung erschafft keine neue Nachfrage, die die Firmen dazu bringt, neue Leute einzustellen. Auch das ist ein riesiger Denkfehler. Da habe ich auch schon mal einen Artikel zugeschrieben. Findet ihr auch im Geld für die Welt Newsletter, dass das so nicht passiert. Und außerdem ist ja der Grund dafür, dass viele Teilzeit arbeiten, nicht der, dass sie sagen, dass es sich nicht lohnt. Also es gibt auch viele Modelle, wo dann netto nicht wirklich viel mehr rauskommt. Aber die viel wichtigeren Gründe, Hinderungsgründe, sind ja, dass beispielsweise die Kita nicht ordentlich besetzt ist oder es keine Ganztagsgrundschule gibt. Oder auch für 800.000 Menschen, die wollen Vollzeit arbeiten, haben aber nur eine Teilzeitstelle und finden nicht mehr. Weil es die Nachfrage nicht gibt. Weil die Unternehmen die nicht brauchen. Gerade haben wir beispielsweise auch 200.000 Menschen, die sind in Kurzarbeit. Heißt, das ist also sehr, sehr hypothetisch. Wenn man die Arbeitszeitverkürzung mit einer Vollbeschäftigungspolitik und einem Nachfrage- und Investitionsschub verbindet, ja, dann kann das eintreten. Wird das mit einem Finanzminister Christian Lindner oder bald einem Bundeskanzler Friedrich Merz, Gott bewahre, Realität werden? Nein. Also es sind wieder ziemlich viele Prämissen, die weit weg sind von dem, was realistisch ist. Siehende könnten durch eine 32-Stunden-Woche animiert werden, Vollzeit zu arbeiten, sofern die Kinderbetreuung staatlich gut organisiert ist. Dann würde der gesamtgesellschaftliche Output sogar steigen. In dem von Margareta Steinrücke und Beate Zimpelmann herausgegebenen Buch Weniger Arbeit Dafür bräuchte es natürlich aber auch erstmal wiederum mehr Personal in der Kita. Mehr Leben wird unter anderem auf die immerzu prätorische Wirkung eine Arbeitszeitverkürzung eingegangen. Und erwähnt wird auch eine Studie, wo noch Ausgestiegene aus dem Pflegesektor sagen, sie würden in den Beruf zurückkehren, wenn die Wochenarbeitszeit sinken würde. Wir hatten eben gesagt, dass die britische Studie ergeben hat, dass sich deutlich weniger Menschen krank gemeldet haben. Ja, und auch in dieser Hinsicht ist diese Gemeinschaftsdiagnose lesenswert. Da heißt es, derzeit bewegt sich die Wirtschaftsleistung auf einem Niveau, das kaum über dem vor der Pandemie liegt. Seitdem tritt die Produktivität auf der Stelle und die inzwischen um über 600.000 höhere Zahl der Erwerbstätigen kompensiert im Wesentlichen nur die niedrigere durchschnittlich geleistete Arbeitszeit. Hier spielt allerdings auch der gegenüber dem Trend weiterhin stark erhöhte Krankenstand eine Rolle. Sofern sich dieser, wie von den Instituten unterstellt, bis zum Ende des kommenden Jahres zurückbildet, steht wieder ein um 1,5% höheres Arbeitsvolumen zur Verfügung. Also der aktuelle Krankenstand ist deutlich mitverantwortlich für die schwache Wirtschaftsleistung. Das heißt, mit einer Arbeitszeitverkürzung könnte der Produktivitätsverlust durch weniger Krankmeldungen etwas ausgeglichen werden. Aber zu wie viel weniger Krankmeldungen führt denn eine solche Arbeitszeitverkürzung wirklich? Wenn wir doch über lange Fristen sowieso sehen, dass die Arbeitszeit sich reduziert, dass sie sich vor allem auf die Leute dann verteilt. Die Wochenarbeitszeit ist ja gesunken, nur nicht so viel wie beispielsweise Produktivitätszuwachs insgesamt vielleicht hergegeben hat. Unter anderem aber auch, weil man mehr Konsum wollte, mehr Einkommen. Aber liegt der hohe Krankenstand heute daran, dass die Wochenarbeitszeit so hoch ist? Ja, also ein Teil sicherlich. Wir sehen auch ja heute, ist ja auch völlig klar, dass mentale und psychische Erkrankungen, Burnouts, Depressionen und sowas deutlich höher, häufig einfach diagnostiziert werden, dadurch die Zunahme. Und dafür würde sicherlich eine Viertagewoche helfen. Aber allgemein am Krankenstand ist nicht da beispielsweise die Jahrhundertpandemie Corona, die viel größere Erklärungsvariable, und die viel näher liegende als wirklich die Arbeitszeit. Also das, was es mit unserem Immunsystem gemacht hat, dass wir unsere Verhaltensweisen auch geändert haben, deutlich mehr zu Hause abgehangen, eine Zeit lang auch da keinen Sport gemacht. Keine Ahnung, bin kein Mediziner, bin kein Virologe, kann das nicht erklären. Nur, aber ist ja nicht so, als hätten wir jetzt in den letzten zwei Jahren, in den letzten drei Jahren, meinetwegen, in den Betrachtungszeiten. Und haben deutlich, deutlich mehr gearbeitet. Und deswegen gibt es jetzt deutlich höhere Krankenstände. Im Gegenteil, es wurde ja sogar weniger gearbeitet, weil ganz viele in Kurzarbeit waren, dass viele Betriebe geschlossen hatten. Also, wenn ich einen Einschnitt sehe, ein Ereignis, was so eine große, so eine deutliche Veränderung beim Krankenstand erklärt, dann doch, dass wir eine Jahrhundertpandemie hatten. Und dann doch, dass wir deutlich häufiger, Gott sei Dank, psychische Erkrankungen diagnostizieren. Aber die Arbeitszeit selbst, weiß ich nicht, ob das so die beste Erklärungsvariable ist. Mal laut gedacht einfach. Herr Tolmashäuser, der Trend der Arbeitszeitverkürzung kann nicht unbegrenzt nach unten gehen. Und dem hätte auch Marx zugestimmt, selbst im Sozialismus müsste gearbeitet werden. Eine Zwei-Tage-Woche zu fordern wäre, zumindest beim heutigen Stand der Produktivität wirklich naiv. Wenn Maurice aber Linken vorwirft, sie würden mit dem Ruf nach einer Vier-Tage-Woche nicht mehr ernst genommen werden, ist das nicht zutreffend. Eine 32-Stunden-Woche ist gar nichts unrealistisch. Und will man, dass der Kuchen größer wird, müsste man viel mehr auf Arbeitskräfte aus dem Ausland setzen. Um dafür Mehrheiten in der Bevölkerung zu gewinnen, wäre das Versprechen auf eine Vier-Tage-Woche möglicherweise zielführend. Und da haben wir von Umverteilung noch gar nicht gesprochen. Also, das ist ja eine von Ole definierte Prämisse. Ich denke jetzt, dass es unbeliebter wäre, mehr Zuwanderung zu fordern, um für mehr Wachstum zu sorgen. Weiß ich nicht, ob das so ist. Wenn ich von Glaubwürdigkeitsproblemen spreche, meine ich ja auch nicht, dass Vier-Tage-Woche an sich unpopulär ist. Natürlich ist es populär, wenn man Leuten verspricht, die müssen weniger arbeiten. Nur, wenn das in der Debatte diskutiert würde, großflächig, in deutschen Talkshows und sonst wo, dann sehe ich es einfach bei dem Thema, dass Linke da sehr schnell sehr alt aussehen würden. Weil wie wollen sie verargumentieren, dass, wie gesagt, 15 Millionen Vollzeit-Äquivalente 2036 fehlen, und man sich dann noch alles leisten kann. Man hält ja in der Debatte nicht mal aus, ein Existenzminimum beim Bürgergeld zu verteidigen, dass wir uns das leisten können, und dass das ökonomisch sogar sinnvoll ist, weil es den Konsum ankurbelt. Nicht mal das kriegen wir verteidigt. Wir kriegen nicht mal dieses Argument verteidigt, dass irgendwie Rücküberweisungen von Asylbewerbern, deren Heimatländern, ein großer ökonomischer Faktor wäre. Argument der Befürworter der Bezahlkarte. Realität ist nicht so. Nicht mal das kriegen wir verargumentiert. Wie soll dann also in der öffentlichen Debatte eine 4-Tage-Woche ökonomisch verteidigt werden, wo Produktivität, wo Babyboomer so einfache und schlagende Argumente dagegen sind? Ja, und wenn man dann nur die britische Studie zitieren kann, weiß nicht, dann ist es ein bisschen dünn. Und wenn man dann so vorgeführt wird, ja, dann verschärft das aus meiner Sicht das Glaubwürdigkeitsproblem. Dass eine 4-Tage-Woche populär ist. Ja, aber nochmal, auch das würde ich nochmal in Zweifel ziehen, denn die Frage, die man die Leute stellen müsste, wäre ja nicht, findest du eine 4-Tage-Woche gut oder schlecht? Dann sagen erstmal alle gut. Aber fändest du eine 4-Tage-Woche besser als 25% Lohnerhöhung? Das ist die erste Frage. Oder willst du irgendwas dazwischen austarieren? Und zweitens, fändest du eine 4-Tage-Woche gut, wenn der Stundenlohn hochgeht, der Monatslohn gleich bleibt, aber die Preise um x Prozent steigen und du dir dadurch weniger leisten kannst? Auch dann würden wahrscheinlich viele sagen, nein. Wenn man natürlich fragt, fändest du eine 4-Tage-Woche gut und du kannst dir genauso viel leisten, weil wir auch im Steuersystem vieles ändern und verhindern, dass die Unternehmen die Preise erhöhen. Wenn, 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 wenn. Zehn Prämissen. Ja, okay. Aber auch das ist ja nicht realistisch. Insgesamt war es erstaunlich, dass die Wirtschaftsexperten keineswegs den Teufel an die Wand malten, als sie auf diese 4-Tage-Woche angesprochen wurden. Kurz sagte auch, Freizeit ist das knappste aller Güter und deshalb sei es auch verständlich, wenn Menschen sich mehr davon wünschen. Es gäbe ja zudem auch politische Möglichkeiten, für Produktivitätszuwachs zu sorgen. Da können wir auch überlegen, was könnte das sein? Zuwanderung haben wir schon erwähnt. Außerdem könnte man Bürokratie abbauen, damit Bullshit-Jobs überflüssig machen. Die Leute werden dann woanders verwendet und gebraucht. Auch Investitionen in Zukunftstechnologien könnten ebenfalls produktivitätssteigernd sein. Hier überall volle Zustimmung. Aber technischer Fortschritt, das müssen wir uns auch vergegenwärtigen, bedeutet nicht unbedingt, dass weniger Arbeitskräfte gebraucht werden. Also das Smartphone hat sicherlich weltweit mehr Arbeitsplätze geschaffen als vernichtet. Zudem werden zwar zunehmend Produktionsprozesse von Maschinen autonom gesteuert, aber mit dem Fortschritt geht auch eine Komplexitätssteigerung einher, die wiederum Menschen verlangt. Ja, die Realität ist ja, wir wollen besser leben, heißt bisher, dass wir uns mehr oder besseren Konsum ermöglichen. Und auch das, eigentlich ökonomisch sehr trivial, wird von vielen immer falsch verstanden. Der Zweck des Wirtschaftens ist nicht die Produktion, sondern der Konsum. Wir arbeiten, um zu konsumieren. Dass das ökologisch problematisch ist, okay, aber ökonomisch ist das nun mal unbestreitbare Wahrheit. Und das machen wir in der Arbeitsteilung, um so wenig wie möglich zu arbeiten, um so viel wie möglich zu konsumieren. Das stimmt. Und dass wir, wir hätten natürlich auch immer sagen können, naja, jetzt haben wir einmal ein Smartphone und jetzt werden wir es wahrscheinlich immer effizienter herstellen können. Wir wollen aber gar nicht, dass das noch eine bessere Kamera hat und noch ein länger haltenderes Akku und noch mehr Sachen kann und wir vielleicht das Laptop in vielen Sachen gar nicht mehr brauchen, weil das Handy alles kann. Das haben wir ja nicht gesagt. Das entspricht uns. Also, die Firmen wollen das natürlich auch nicht, weil die dadurch mehr Geschäft machen wollen. Werbung spielt eine Rolle. Klar, das befördert alles Wachstum. Aber man kann sich ja mal selber fragen, ob man das iPhone, was haben wir, wo sind wir, 15 oder was, tauschen würde gegen Nokia, ja, und stattdessen lieber zwölf Stunden weniger gearbeitet hätte. Das ist ja so ein bisschen der Trade-off, den man dann hat. Weiß ich nicht, wie die Entscheidung da ausfällt. Dazu führt halt einfach nach einer Produktivitätssteigerung nicht automatisch zu höheren Löhnen oder weniger geleistete Arbeitszeit. Also man kann das dann... Weil die Gewerkschaften in Deutschland auch wegen schlechter Tarifbindung, schlechtem Organisationsgrad, aber auch schlechten Verhandlungsführern und schlechten Ökonomen dahinter, sprechen wir die Wahrheit mal aus, einfach es nicht hinbekommen haben, Zielinflationsrate plus Produktivitätszuwachs wären ungefähr 2,5 Prozent jährlich rauszuverhandeln. In den vergangenen Jahrzehnten einfach sehen, man sieht, die Leute haben, obwohl es Produktivitätssteigerung gab, ja, die waren nicht so gut wie in den 50er, 60er, 70er Jahren, aber die waren immer noch da, 1, 2 Prozent pro Jahr. Die Leute haben nicht dementsprechende Lohnerhöhungen bekommen und es hat auch keine substanzielle Verringerung der Wochenarbeitszeit gegeben, was ja einfach bedeutet, diese Produktivitätszuwächse... Industrie und IG Metall mal ausgeklammert, da gab es schon, das ist ja 35-Stunden-Woche beispielsweise, schon der Standard. Die sind vor allem dem Kapital dienlich gewesen, ja, also da haben viele Unternehmen deutlich mehr Profite eingefahren. Was man da umgekehrt aber auch ablesen kann, heißt natürlich, wenn man einfach sich jetzt, also das heißt ja, dass immer mehr Produktivitätszuwachs gar nicht dafür genutzt wurde, um den Leuten das Leben angenehmer und besser zu machen. Aber man könnte daraus ja auch Schlussfolger nachher anscheinend, könnte man, wenn es so gelaufen wäre, wenn man also gesagt hätte, wir wollen uns nur noch auf diesem Niveau reproduzieren und jeder hat jetzt einen Reallohn wie jetzt, hätte man weniger arbeiten können. Aber das ist halt nicht das Ziel im Kapitalismus, sondern im Kapitalismus. Ja, was ich eigentlich eben gesagt habe, mit dem Konsum. Der Kapitalismus soll möglichst viel gearbeitet werden, damit möglichst viele Profite gemacht werden. Und das ist einfach das Ding. Gehen wir noch auf einen weiteren Einwand von Maurice ein. Er schreibt zur Inflation, Unternehmen schlagen höhere Lohnstückkosten auf den Verkaufspreis auf, um ihr Stück vom Kuchen, ihre Profite nicht kleiner werden zu lassen, also zu verteidigen. Von fünf auf vier Tage bei vollem Lohnausgleich entspräche einer Stundenlohnerhöhung von 25 Prozent. 25 Prozent. Zum Vergleich, Gewerkschaften haben nicht nur während des Preisschocks die letzten zwei Jahre den Kürzeren gezogen, sondern selbst in den zwei Jahrzehnten zuvor nicht einmal die rund zwei Prozent Zielinflation plus Produktivitätsfortschritt. In Summe also circa 2,5 Prozent durchgesetzt. Was ja übrigens auch heißt, er sagt ja selbst, aber es gab ja einen Produktivitätsfortschritt. Das hieß, es wäre ja in den letzten zwei Jahrzehnten möglich gewesen, entweder mehr Lohn zu bekommen oder weniger zu arbeiten oder eine Mischung aus beidem. Ökonomisch ist es immer verteilungsneutral möglich, Profitquote, Lohnquote bleiben gleich, wenn der Produktivitätszuwachs entweder für mehr Lohn oder weniger Arbeitszeit genutzt wird. Das ist der verteilungsneutrale Spielraum. Wenn die Lohnerhöhung hinter dem Produktivitätszuwachs plus Inflations, Zielinflationsrate, muss man im Moment dazunehmen, zurückbleibt, dann wird die Profitquote größer und die Lohnquote kleiner. Wird also das Stück Kuchen der Arbeitgeber größer und das Stück Kuchen der Arbeitnehmer kleiner. ...eigentlich sukzessive die Wochenarbeitszeit abbauen können, hätte man... Das heißt aber nicht, dass man es heute per Federstrich wiederholen kann. Das ist ein wichtiger Punkt. Also jetzt per Federstrich zu sagen, alles klar, wir haben in den letzten zwei Jahrzehnten das verkackt, die Gewerkschaften waren zu schlecht, die Politik hat auch mit Mindestlohn und so weiter nicht genug dafür getan. Also wir machen jetzt ein Gesetz, Monatslohn bleibt gleich, Arbeitszeit 20 Prozent weniger und damit holen wir uns quasi die nicht realisierten Wohlstandsgewinne zurück und machen unser Stück vom Kuchen für die Arbeitnehmer wieder größer. Wäre schön, wenn es möglich wäre, aber es widerspricht den aktuellen Kräfteverhältnissen. Und stärker verhandelt. Ja. Wir könnten jetzt schon bei viel weniger sein, gegebenenfalls, mit mehr Arbeitermacht. Ja. Ja. Nur sagt er dann, dass die Unternehmer nicht wollen, dass die Profite kleiner werden. Und dann muss man sagen, ja, dann muss man denen das aufzwingen, dass das so ist. Genau. Das hat man ja früher auch letztlich genauso machen müssen. Also jede Verbesserung der Arbeitssituation der arbeitenden Bevölkerung musste gegen das Kapital und dessen Interesse durchgesetzt werden. Und klar, wenn man von vornherein schon sagt, na, das geht ja überhaupt nicht, das ist ja überhaupt nicht vorstellbar, dann wird das nicht passieren. Aber wenn man sich das einfach mal als Ziel vornimmt, dann ist das natürlich möglich. Ob jetzt... Also selbstverständlich ist das ökonomisch möglich und theoretisch auch politisch möglich. Aber ich meine, die Forderung kommt von einer Partei, die mit gar nicht allzu geringer Wahrscheinlichkeit 2025 nicht mehr in den Bundestag kommt, nach aktuellen Umfragen da rausfliegt. Weiß ich nicht, ob wir darüber jetzt einfach hinwegsehen sollten. Ja? Die aktuellen Kräfteverhältnisse sind leider nun mal nicht mehr so. Lasst uns erst mal dafür sorgen, dass die Kräfteverhältnisse besser werden. Mehr Tarifbindung, mehr gewerkschaftlichen Organisationsgrad, höhere Mindestlöhne, wirkliche Vollbeschäftigung. Ähm, dass die Unternehmen sich wirklich um die Arbeitskräfte zanken müssen. Ja? Das ist noch lange nicht so. Und dann, wenn wir wirkliche Vollbeschäftigung haben und Arbeitskraft knapp ist, ja, dann kriegt man eben auch vielleicht das Stück vom Kuchen für die Arbeitnehmer vergrößert. Denn wichtig ist, der Kuchen beschreibt ja nur die Proportion. ja, also, die Größe des Stücks vom Kuchen sozusagen, ähm, aber, also Lohn- und Profitquote, aber, selbst wenn, ja, die Arbeitnehmer jetzt ihr Stück vom Kuchen vergrößern und das Stück der Arbeitgeber kleiner wird, ist bei größer werdendem Kuchen absolut vielleicht das relativ kleinere Stück, ja, von einem größeren Kuchen aber absolut mehr, also die Profite in Euro und Cent trotzdem größer als vorher, ja, und das heißt, das ist gar nicht der große Widerspruch. Jetzt die Vier-Tage-Woche in zwei, in fünf oder in sieben Jahren da ist, ist mir persönlich relativ wurscht, aber dass die über einen mittleren Zeitraum durchaus erkämpfbar ist, das halte ich einfach für völlig selbstverständlich. Ja, du hast es gerade schon angeschnitten, die Vier-Tage-Woche. Finde ich auch, ja klar, sollten wir irgendwann Vier-Tage-Woche und dann vielleicht irgendwann Drei-Tage-Woche. Na klar, aber, Argument, gerade Baby-Boomer, jetzt das zu fordern, kurz bevor die Baby-Boomer ausscheiden, vielleicht der falsche Moment. Hätte man das vor zwei Jahrzehnten gefordert, ja, wo die Baby-Boomer noch voll im Saft standen, mit, weiß nicht, Mitte 30 oder Mitte 40, wäre das was anderes gewesen. Die Woche würde sicherlich nicht von jetzt auf gleich, sondern eher schrittweise eingeführt werden und es ist ja auch zu sagen, dass Unternehmen Preissteigerungen nicht so eins zu eins weitergeben können, da ja sie in Konkurrenz zu anderen stehen, gerade auch auf internationaler Ebene und noch wichtiger vielleicht ist, der Logik zur Folge, hätte man auch in den 60er, 70ern nie auf eine Fünf-Tage-Woche umstellen können, denn das war ja nach der Rechnung dann auch eine Lohnsteigerung von 20 Prozent. Warum sollte jetzt die Fünf-Tage-Woche Der springende Punkt ist, die war auch, kam natürlich nicht sofort, sondern schrittweise, klar, ist ein Argument, aber der Produktivitätszuwachs war natürlich damals auch deutlich, deutlich größer als heute. Heute stagnierende Produktivitätszuwächse. Fünf-Tage-Woche als natürliche Grenze erscheinen, damals hat man auch gesagt, nein, der Samstag muss definitiv gearbeitet werden. Ja, also es ist auf jeden Fall in Zukunft möglich. Mein Argument ist, schlechtes Timing und die Argumente dagegen sind stärker als die dafür, gerade für den Moment, das jetzt zu fordern. Es gibt dringendere Probleme, wichtigere linke Forderungen, stellt die Vier-Tage-Woche nicht den Vordergrund. Das ist mein Argument. Aber unsere Kritik an dieser Position ist noch fundamentaler und wir haben es bereits in der Auseinandersetzung mit Hermanns Argumenten angedeutet. Preissteigerungen werden sicherlich nicht ausbleiben als Folge der Lohnerhöhungen. Sind aber nicht das Problem der Arbeiterschaft. Es gilt ja für jede noch so kleine Lohnerhöhung, dass sie rein theoretisch einen Beitrag zu steigenden Preisen darstellen kann. Und wenn Maurice betont, die Unternehmen würden versuchen, die höheren Lohnstückkosten an die Kunden weiterzugeben, ist den Unternehmern die Inflation ja auch egal. Sie haben auch nicht, kennen Sie ja nicht das Wohl der gesamten Volkswirtschaft im Sinn, sondern ihr spezifisches Interesse. Und warum sollten die? Stimmt für Gewerkschaften, die müssen da nicht drauf achten. Aber ich meine, wer Wirtschafts-, Arbeits- und Finanzpolitik machen will für das gesamte Land, ja, also eine Partei, wer das politisch fordert, dass man die Wochenarbeitszeit anpasst, die Gesetze ändert, da muss man eben schon auf den ganzen Effekt achten. Und wenn das nun mal die Folge ist, dann verspricht man eben auch was Falsches. Denn dann führt der Lohnausgleich, den man ja verspricht, selbst wenn er denn kommt, zu steigenden Preisen. Das erhöht zwar den Stundenlohn, aber entwertet den Monatslohn. Und das sollte man dann schon vorab überlegen, ob das wirklich das Ziel ist, ob das eine Nebenwirkung ist, mit der man dann leben will und kann oder nicht. Aber es wird ja gar nicht drüber geredet. Es wird gar nicht mitgedacht bei den ganzen Forderungen. Dann ist einfach also vier Tage, Woche, ja und Produktivität kriegen wir schon hin, weil wir können es verdichten und fertig. Das ist ja in den meisten Fällen die Debatte. Nicht bei Wohlstand für alle jetzt, bei Ole und Wolfgang, aber bei sonst vielen. Und auch im Konzept der Linken und den anderen Konzepten ist das Thema nie mitgedacht. Die Arbeiter ihre Interessen denen der Volkswirtschaft unterordnen, was zugleich meint, sich den Interessen des Kapitals unterzuordnen. Es gibt eben immer... Nein, also es geht nicht darum für mich, dass ich die Profite der Unternehmen schützen will. Ich beschreibe keinen, das ist nicht normativ, ich sage nicht, die sollen gleich groß bleiben, die sollen die Preise erhöhen. Ich beschreibe mit ökonomischer Theorie, was wohl zu erwarten ist, ja rein realistisch, dass die höheren Lohnstückkosten, wenn die nicht ihre Stückprofite sinken lassen wollen, eben mit höheren Preisen reagieren müssen. Und weil das alle Unternehmen betrifft, die das, ja, wahrscheinlich machen werden. Da noch die Verteilungskomponente zwischen Arbeit und Kapital. Und selbst wenn der Kuchen gleich bleibt oder kleiner wird, ist es möglich, sich davon mehr zu erkämpfen. Der Exportüberschuss, den Deutschland hat, würde wahrscheinlich, wenn man das umsetzt, fallen. Allerdings nicht mit mehr Güterwohlstand, sondern mit weniger. Denn wir werden dann weniger exportieren und nicht mehr importieren. Denn um mehr zu importieren, so könnte man ja den Exportüberschuss auch schrumpfen, um mehr zu importieren, bräuchten wir ja mehr Kaufkraft. Dann müsste der Monatslohn steigen. Der steigt aber ja nicht. Er fällt sogar unter Umständen. in den Podcasts hat Ines Schwertner wiederum Maurice Position so beschrieben, es sei die Position des ideellen Gesamtkapitalisten, also so bezeichnete Friedrich Engels den modernen Staat, der den Interessen des Kapitals dient. Und auch Keynesianer übernehmen häufig diese Position, die auf den ersten Blick ja mal vernünftig wirkt. Was nicht geht, das geht eben nicht. Also das heißt, jetzt gerade keine Lohnerhöhung, bitte jetzt nicht streiken. Ich sage nicht, dass es nicht geht. Das ist nicht mein Argument. Ich sage nicht, dass es ökonomisch nicht möglich ist. Ökonomisch ist vieles möglich, nur die Wirkungen sollte man halt bedenken. Monatslohn wird durch Preissteigerungen entwertet. Der Kuchen, der gesamte Wohlstand, das Bruttoinlandsprodukt wird wahrscheinlich kleiner. Übrigens, wenn die Exporte fallen, fallen auch gewerkschaftlich organisierte, gut dotierte Jobs unter Umständen weg. Das sind halt die Folgen. Und ist das dann, ist die zweite Ebene, politisch überzeugend. Sorgt das für linke Mehrheiten, für eine linke Hegemonie? Bei beidem würde ich sagen, das sind eher schlechte Ergebnisse, schlechte Folgen. Und deswegen sollte man es nicht machen. Man kann die natürlich in Kauf nehmen und sagen, die Arbeitszeitverkürzung ist uns wichtiger. Das kann man machen. Also es ist möglich. Nur ist es gut. Das ist die andere Frage. Bloß keine Vier-Tage-Woche. Und ja, bei dieser Position des ideellen Gesamtkapitalisten aber, muss doch am Ende die Arbeiterschaft immer leiden. Ich würde sagen, wenn man, also makroökonomisch zu argumentieren, welches ich hier mache, heißt nicht gleich Klassenkompromiss, heißt nicht gleich, das ist gegen die Arbeiter, Sondern eher diejenigen, die für die Arbeiter sowas fordern und erkämpfen wollen, sind im Blindflug unterwegs, wenn sie nicht sehen, dass, wenn ihre Forderung umgesetzt würde, beispielsweise eine Entwertung des Monatslohns blüht. Sie verkaufen also oder versprechen etwas, was sie nicht halten können. Und das halte ich für viel gefährlicher. Das sind ja schlechte Forderungen. Man sollte, wenn natürlich die gesamte Arbeiterschaft der Meinung ist, okay, damit können wir leben, Monatslohn kann weniger kaufen, aber wir arbeiten halt weniger und der Stundenlohn ist besser. Okay, I mean, go for it. Ich würde nur behaupten, das ist nicht deren Position, nicht deren Auffassung. Damit kriegt man die nicht überzeugt. Position führt immer dazu, dass das Kapital die Oberhand behält und sich die Arbeitnehmer bei den Interessen des Kapitals, dann häufig neutral Volkswirtschaft genannt, fügen sollen. Als sei die Volkswirtschaft an sich ein höheres Prinzip, dem alle dienen müssen, während die Profiteure natürlich weiterhin nur an sich denken. Also, mir geht es nicht um die Volkswirtschaft per se. Ein höheres BIP ist auch nicht per se besser als ein niedigeres. So kann ich das Argument. Sondern, was folgt daraus? Wie gehen Verteilungskämpfe beispielsweise aus? Darum geht es ja. Ich mache makroökonomische Argumente, die am Ende das reale Ergebnis für die Arbeiter verändern. Das ist vielmehr der Punkt. Oder, wie gesagt, die Beliebtheit linker Parteien. Insofern sollten Gewerkschaften, Arbeitnehmer und auch linke Parteien endlich egoistischer werden. Wenn sie nicht an sich selbst denken, dann wird keiner ihre Interessen vertreten. Zudem scheint es mir eine sehr gute Strategie zu sein, um Mehrheiten zu gewinnen. Das Gefühl, das Dolly Parton in ihrem Song 9 to 5 anspricht, kennt jeder, der seine Arbeitskraft verkaufen muss. Die Arbeitszeitverkürzung ist viel populärer als manche denken und sie ist auch realistischer, wie wir heute ein bisschen skizziert haben. Mehr freie Zeit, das müssen wir uns klar machen, bedeutet, weniger fremdbestimmt zu sein und es bedeutet, mehr Freiheit. Jetzt ist dabei erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. ProSeed. Ja. ProSeed, da würde ich nochmal widersprechen, denn wenn das dazu führt, dass beispielsweise die Pflegeberufe nicht mit genug Personal ausgestattet sind, die Kita und die Ganztagsschulen nicht mit genug Personal ausgestattet sind, weil bei diesem Wegfall von 7 Millionen Babyboomern plus 8 Millionen Stellen der übrigen Erwerbstätigen, 20 Prozent Arbeitszeitreduzierung, ist jetzt gerechnet mit ohne Produktivitätszuwachs, wie groß das auch immer sein wird, ja, aber es fällt was weg, wenn der Wegfall eben genau dort einschlägt, weil wir haben eine Schuldenbremse, wir haben überlastete Kommunen, die können sich dann nicht mehr davon leisten, aber Industrieunternehmen können das einfacher kompensieren, weil die Maschinen länger laufen lassen können und eine höhere Produktivität haben, dann kann es ja unter anderem dazu führen, dass der Arbeitskräftemangel, der so entsteht, insbesondere die öffentliche Daseinsvorsorge trifft und damit dann es mehr Fremdbestimmung gibt, ja, weil man, oder sagen wir mal so, ungewollte, man ist dann ungewollterweise mehr auf sich selbst gestellt, wenn es eben für den Opa keinen Platz im Pflegeheim gibt, wenn es beispielsweise für das Kind keine Nachmittagsbetreuung gibt, dann muss man sich selber drum kümmern, ist das Freiheit? Ich weiß es nicht, ich würde eher sagen nein. Also, ich glaube, die unterschiedlichen Positionen sind klar geworden. Ich möchte nochmal unterstreichen, dass es eine Debatte in voller Wertschätzung ist. Abonniert Wohlstand für alle, folgt den rein, hört euch jede mögliche Folge von denen an. Ich fand es spannend, ist ja auch gut, sowas kontrovers zu diskutieren. Meine Hoffnung ist, bei sowas ja immer, gerade wenn ich, ich weiß ja, dass das kontrovers ist, dann gegen die Viertagewoche zu sein, kontroverser als dafür zu sein. Wenn sich eine gesellschaftliche Linke, eine politische Linke, dann an diesen Gegenargumenten reibt und die eigenen Argumente schärft, hat das ja einen gesellschaftlichen Nutzen. Ich bin nicht überzeugt worden, muss ich allerdings auch sagen, denn es ist einfach zu prämissenlastig. Vier Tage Woche ohne Wohlstandsverlust ist realistisch, wenn man ganz viel Umverteilung betreibt. Die ist allerdings nicht absehbar. Die erleben wir schon nicht ohne Viertagewoche. Warum soll sie dann mit Viertagewoche realistischer werden? Nun ja, jetzt interessiert mich aber natürlich, was ihr dazu denkt. Lasst uns hier in den Kommentaren fleißig darüber weiter diskutieren. Feuer frei. Ich bin gespannt, was ihr so schreibt. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen, Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen. Über den Geld für die Welt Newsletter. Hier gezeigt, könnt ihr meine Arbeit bei Geld für die Welt unterstützen. Geht schon ab 5 Euro im Monat. Hier gibt es immer exklusive Analysen und Kommentare. Beispielsweise hier, ganz frisch, Fake-Studie. So kauft sich Lindner Argumente für die Schuldenbremse. Lindner, nämlich sein Chefberater, Lars Feld, hier, eine Studie schreiben lassen, die Werbung für die Schuldenbremse sein soll und die ist bezahlt worden von der FDP, wahrscheinlich gut bezahlt worden, von der FDP eigenen Friedrich-Naumann-Stiftung. Tja, Christian Lindner will die Wissenschaftlichkeit hinter sich holen und vor die Schuldenbremse stellen. Warum das scheitert und warum das ein sehr durchsichtiges Manöver ist, habe ich hier erklärt. Checkt das gerne aus. Ansonsten hoffe ich, ihr schaltet demnächst wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.